Diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für German Mico und mich tun. Die Rechte haben drei Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Gefällt um ganz gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Okay. Da sind die Sicherheitskameras. Eins. Zwei. Wo ist die dritte? Gucken wir mal. Gehen wir hier hoch. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht mal hier draufhelfen. So. Sag, jetzt haben wir schon. Nummer zwei. Okay, wo ist die dritte Kamera? Sehe ich gar nicht. Da hinten. Okay, da müssen wir hier drauf. Wahrscheinlich. Da hoch. Das ist aber schlecht angeschraubt gewesen. So. Drei Kameras. Drei Kameras. Haben wir gemacht. Dann erbohren uns hier wieder die Kassette. Gut gemacht. Ich hätte mir nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn verdient. Kassette. Die Kassette können wir jetzt hier hinten in den Kassettenrekorder packen. Ich hab noch mal gucken, wo der eigentlich war. Der war in diesem Kleidungsgeschäft, glaube ich. Hier. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er.